Tagebuch-Eintrag vom 21.06. Eingeholt von den Ereignissen, unterbrachen am Abend einige Radiostationen ihr Programm. Die Nachricht war kurz und knapp. Schon in den frühen Morgenstunden gab es keine Zeitungen mehr zu kaufen. Wieder sprach über die Vorfälle der letzten Tage. Und zum ersten Mal hab ich Angst, Angst vor neun Melken. Jede Wahrheit, eine Lüge. Tötert ein neues Spiel. Gewinnernswahl eine Übung. Jede Wahrheit, eine Übung. Jede Wahrheit, eine Übung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017